Der digitale Turn bedeutet für mich, dass wir begreifen, dass wir auf dem Weg sind von einer Digitalisierung des Lernens hin zu den Strukturen von Lernen in einer digitalisierten Gesellschaft. Von dieser Betrachtungsweise sind wir noch relativ weit entfernt und das Hochschulforum trägt sehr wohl dazu bei, zumindest jetzt schrittweise diese Kurve zu bekommen, damit wir sattelfest werden für eine Welt, in der eigentlich alles digitalisiert ist und damit auch das Bildungssystem adäquate Antworten schaffen muss.